Wärmequellen Als Einleitung in die Kalorik sprechen wir zuerst von Wärmequellen. Möchte man einen Körper erwärmen, so benötigt man eine Wärmequelle. Die wichtigste Wärmequelle für unseren Planeten Erde ist die Sonne. Andere Wärmequellen erhält man durch Verbrennung von Kohle, Holz, Gas, Öl und so weiter. Eine Wärmequelle kann aber auch elektrisch sein oder durch Reibungen entstehen.